Egal, machen wir jetzt so. Hast du immer mit zwei Goldene gehabt? Das ist der nächste Punkt. Ah, so viel besser waren die nicht als hier. Ah doch, schon. Der eine war schon deutlich besser als ich. So, ich habe alles, was ich will. Was soll ich für das Late mitnehmen? Lord of Death oder Millennium? Was, Lord of Death oder Millennium? Ja, ich brauche den Millennium. Ich habe keine Arcane, keine Arcane-Verteidigung. Oh, das ist tief unten gebaut. Gucken wir mal, ob wir damit jetzt mal ein bisschen besser spielen. Starten mit VPS. Oh, shit. Eigentlich müsste ich senden. Da dritte ich mich auf. 75, 80. Hm, das reicht trotzdem nicht. Na, sende doch trotzdem. Ich hoffe, er sendet mir was. Genau, das wollte ich ja sagen. Ach, das ist überhaupt bei ESA. Ah, keine T1-Unit, Tommi wieder. Mal gucken, Tommi. Scheiß drauf. Tommi funktioniert auch so ohne T1-Units. Das merkt man wieder. Meistens. Ich hatte 3 T1, glaube ich. Ja, ne, doch. Weil ich habe nichts bekommen. Das ist jetzt irgendwie so ganz ruckgeil. Was sehen wir denn da? Einen Butcher und einen Endlern. Was hast du noch, um eine Bananabank draus machen oder so zocken? Nö, ich glaube, ich mache daraus die Bananabank. Oh, ich habe APS-Karte bekommen. Okay, cool. GZ? Danke. Was soll ich jetzt? Ich kann gar nicht die Bananabank machen. Ich habe gebaut. Ich bin Worker gegangen. Ja, egal. Ein Glück habe ich das gerade noch mitbekommen. Wollte ich gerade sagen. Also, es hätte ja auch danach auffallen können. Es könnte jetzt sein, dass ich leake. Ja, dann... Then it will be to... Ja, man hat ganz wenig Kohlen gefährt, um einen Windhawk zu basteln. Ja, du wirst liegen, bin mir ganz sicher. Na, schickt jetzt nichts. Dann könntest du es halten. Ah, ne, du hast es vor, die Fallverteidigung, ne? Ja. Ja, aber ich bin mir zuversichtlich mit deinem Bazooka. Da könntest du es halten. Der schießt ja öfter. Ich schicke jetzt eine Turtle. Sehr geil, Alter. Ich könnte jetzt ein Zeus basteln. Meinst du, das wäre gut? Nein, ich gerade noch nicht. Ich bin gerade überlegen, was ich mache. Ich habe schon mal einen Rogue. Ach komm, ich mache Zeus. Mach mal einen Zeus. Ja, klar machst du einen Zeus, Alter. Schauen wir mal, wie du dir jetzt drückt. Und wenn nicht, dann drückt es halt nicht. Man müsste eigentlich super schnell ballern. Natürlich kriegst du einen 80. So, wie kriegt man auf einen 380 hin? Ja, okay. Die kann er jetzt nicht währenddessen gebaut haben. Ja, okay. Du wirst liegen. Und ich werde liegen. Geil. Danke. Glaube ich nicht, dass ich liegen werde. Guck mal, ich werde wahrscheinlich auch nicht liegen. So lange. Ah. Okay. Hm. Krass. Ich werde auch liegen. Geil, Alter. Mann, Tommy, was machen wir denn? Warum sind wir so schlecht für den Anfang, Swayze? Er liegt doch auf. Wir sind so schlecht für den Anfang. Das ist echt schlimm, ey. Ah. Alle haben geleakt. Das ist doch nicht so wild. 17, Alter. Das ist ja... Klar, schön ist es nicht, aber alle haben ja gleich einen Nachteil. Nee, jetzt kommt noch ein 4. Komm. Schick mal eine Brut. Gut. So, machen wir es so. ... ... ... okay ich glaube ich werde ihn hier liegen sehr schön du wirst ihn nicht liegen aber dafür könnten wir trotzdem jetzt noch king schaden machen wenn der entler jetzt sofort komplett durchgeballert wird es ist absolut wie wir hätten der händler aus das hast du ihnen mitgeschickt ich habe ihnen eine torte mitgeschickt da sind doch wenig vögel war jetzt sind es wenig vögel ja war noch so sechs stück acht stück oder so das ist ja scheiße ich hätte das macht jetzt ein bisschen mehr schaden das auf die sechs gehen kriege ich sogar doppelt blut hin sollte ich naja jetzt haben sie ein natural ne das ist schöne scheiße das wird uncool die gehen ja ganz gezielt auf die waves ich wäre begeistert ja das wird uncool ja ich gehe jetzt kein work am weiß ich auch nicht das sind ja doch alle zu riskant was wir jetzt hier machen das ist eigentlich klar machen wir mal so das könnte jetzt brutal werden oh ja 180 alter kannst du vergessen dass ich das halten kann WTF wenn die nicht auf diese fucking blut schießen würden geht nicht auf die zeus dann auch nicht auf die zeus also ich liege aber nicht viel ich halte es vielleicht sogar aber wir kommen nur ganz wenig durch ich habe ihn geleakt du liegst ihm nicht scheiße ich mache ihn zumindest ein bisschen zu wenig schaden aber trotzdem das könnte ich halten ja der geht doch schön aufs kleine los perfekt ich habe es gehalten sehr gut okay micro damage das reicht einfach nicht was ich vor jetzt noch der turtle hinbekommen vielleicht noch einer ich krieg keine mehr hin wieso bist du denn eigentlich eine rouge wave gegangen weil ich nicht mehr geld hatte für eine andere und ich brauchte sie für eine wave davor die macht ja auch mehr schaden als der fire ja er hängt nun deutlich weniger aus ist halt echt der crap darin bei mir könnte ich überlegen die acht zu gehen oder wie viel hast du jetzt noch du hast nichts ich will lieber mit dir zusammen schicken ich weiß auch nicht worauf ich so ganz gehen soll könnten neun zehn dann er macht ziemlich viel magic schaden und meine hat auch zwei zeus der macht auch relativ viel magic schaden ich gucke mir das gleich nochmal an ja ich denke die zehn der kann perfekt also der kann das spiel ja hier mein gegenspieler der mir schickt ich werde liegen ja dann halte ich deins aber noch auch nicht viel was durchkommt bei mir ist das problem dass er anfangs relativ viel natural zur verteidigung zu stehen hat ja aber der butcher ist unausgebaut auch ja noch wer hat noch zwei waves entschuldige bis dahin hast du den locker komplett also ich hab'n leviathan ist jetzt der ist schon gg dann kann man jetzt gerade noch eine discipline gestellt aber eigentlich sollte auf der neuen alles okay sein ich schicke mir noch ein 100er ja ich schicke dir aber mir nicht okay na ich halte das auch easy einfach noch eine discipline bauen glaube ich und dann ja ich habe nur keine tanks die die zählen ach scheiße ich habe mich geschickt jetzt fehlt mir der income da muss ich so machen und da muss ich so machen und da muss ich gut dabei sein hab halt bloß mega viel impact da hat man nichts geschickt nehm erhält es denn der mit output ist viel zu heftig mit diesen kleinen global viechern wo die magic schaden machen naja aber ich komme durch sehr gut aber wir machen sehr geringen sehr gering ob das jetzt wieder in world war wenn wir nochmal vor income ich glaube wir müssen uns irgendwie das ist geben nach hinten verlagern na oder wir sparen naja ok ne ne lass uns ein dino jetzt gehen aber wir nehmen gleich press die attack und sparen das ok ok groß reicht nicht zwei fehlen mir kannst du irgendeinen crep verkaufen ja einen bazooka ach scheiß drauf ich muss auch mal wieder worker gehen scheiße da bin ja völlig untergegangen ja ok das schickt auch schon seit drei waves nichts seit zwei ja bei dir wird es eh ok aua das wird dir jetzt wehtun ja 320 wie kommt der bei mir auf 240 alter ja mit press die attack achja ich vergesse das immer ja natürlich gehen die schönen auf meine disziplie arschlöcher ey ich kann das eigentlich halten ich leider nicht aber sagen wir so ich werde nicht viel viel durchlassen ich leider schon ein bisschen mehr fokus stimmt das hätte ich sogar halten können man was ist denn jetzt schon wieder los wenn wir jetzt nur schicken ähm 14 boah alter der magic schaden ist gut gegen die und die arcana verteidigung auch ja ich weiß ja wenn du dagegen bist dann nicht also mini ich glaube ich krieg das schon gehalten bis dahin ich glaube ich werde jetzt immer rerollen wenn ich jetzt keine kombinationsmöglichkeiten habe wenn du gut also ich fand eigentlich also ich fand eigentlich APS und Zeus ganz nice ich habe ja auch Tepist und Windhock ich sehe ja deine kommi das reicht ja schon zum sehen ja die werden auch auf der 14 checken hundertprozentig und dann werden wir also einer von uns beiden wird sterben wir oder die ich habe zu viel magic schaden und zu viel natural ähm defend oh er baut auch ein Ei ok schlüpft in zwei runden also nach der noch einer ich muss auf der 13 das Ei zerstören sonst ist es da wollen wir jetzt denn ne wir gehen dein plan durch ich lasse das Ei da jetzt brüten ok es wird sowieso kaputt gehen haha gg ganz langsam dahin gesiegt oh pfff der ist schon deine Hausnummer R hmmm und das ohne Cent sehr schön ja eben genau deswegen bin ich grad ein bisschen überrascht das heißt sind so immer eher unfassbar wie heftig diese Viecher sind ne komm wir machen das anders wir machen das so was hast du jetzt geändert? ich hab das jetzt neben der Bananabank und unter der Dissepil jaja hab mir auch schon mal vorgestellt glaube ich dass APS und Fire Elementals auch ne schöne Kombo sind wieso sendet der denn auf der 13 das macht gar keinen Sinn du kommst doch nicht ansatzweise durch klar also bei mir ja also ich halte das ich nicht ach so wir müssen schicken ich bin fast gewillt scheiße in tauchen zu bauen kannst du machen ja ich will auch gerne den Schaden rausknüppeln wir machen das so ähm King damit rieche ich bei uns ja aber nicht viel das heißt haben gute Arbeit geleistet alle nochmal verletzt wir werden jetzt hier windwürdig sagen ähm so ich bau jetzt einfach 3 Millennium äh jetzt fehl und dann würde ich sagen macht die Kena auch gut ich hab so ne Hermit oben drauf ja auch die Mimic ist wunderbar Arcana Verteidigung PS Angriff ok so jetzt schön ein APS zwischen den Millenniums dann schießen sie schneller können öfter ihre Demolition Shell oder wie das heißt rausbringen also ich komm durch ich komm auch durch ah es wird aber nicht zum Kill reichen ne leider nicht leider nicht dafür werden sie jetzt auf der 15 uns klatschen wollen vermute ich wir kriegen jetzt nochmal gut Kohle oh das könnte doch reichen das könnte ein GG werden das könnte nicht nur das ist GG alter wunderbar dein Call Tommy na ein bisschen mitdenken kann ich manchmal eieieieieieiei schön weggebummst ja und das mit weniger Workon einfach nur und weniger Mycium und Goldnachteil bis zum Ende mit 421 Gold besser überlegt sag ich dazu noch alter schöne Ding gut gekauft gut gekauft Tommi gut gemacht na zu viel zu viel mal geschaffen und was hast du jetzt du hast die APS Marke bekommen ja hab ich so ich würde sagen wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder also haut raus bis denne tschüss tschüss tschüss